So. Alle in eine andere Karte. Meines wär lang. Ich komm auch nicht wieder weg! Komm schon! Immer die letzte... Ich hab extra ein ganz schnelles mit schneller Beschleunigung genommen. Toll. Wirklich Spaß. Ich will auch mal gut sein. Nur einmal... Na nicht nur einmal, ich will auch mal gut sein. Ist das so komisch. Nein, Thriller und zack, sind die wieder weg. Okay, dann schiffen wir uns mal. Okay, dann schiffen wir uns mal. Okay. Okay. Komm, lass mich durch! Sieh! Oh, geil! Ich bin nicht letzter! So, ich muss jetzt das irgendwie abstellen, ja. Ach, deswegen, ja. Stimmt. Tschüss! Tschüss! Was bist du denn, Alter? Was bist du denn? So. Na Leute, sollen wir mal fliehen? Ich kann jetzt fliehen. So. Oh, ich bin nur 20 Sekunden. Boah, das ist natürlich fies, ne? Mit Karre. So. Was ist denn hier mit Windschatten? Und was ist denn lahm, wie Sau? Und vorhin war ich erst hier. Oh! Echt, nein. Ohne Scheiß. Warum ist die so lahm? Immer wieder so lahm. Komm, hol die Penner da. Komm, komm, komm. Ach, der fährt in Windschatten, ne? Ach, der fährt in Windschatten, ne? Ach, der fährt in Windschatten. Komm, komm, ich fährt in Windschatten. Ich krieg dich! Ha, ha. Ohnein! Das kommt... Das kommt, wenn man einmal in den Rückspiegel guckt. Na jaaa, wenigstens sechsten. Fuck. Das war nicht so. Das war die Windschatten. Das war die Windschatten. Das war's. Hier, nach vorne! Die haben eine tolle Ausguss Yes! Was war das denn? Bist du wohl weg? Fangeln denn so viele? Oh nein, die ist zu eng die Strecke! Oh fuck Was ist das? Go, go, go! Na los! Ey, los! Keine Leertaste drücken! Das ist so'n scheiß Idee! Komm, gib Gas! Ich bin schon voll früh gebremst. Was ist denn so zu spülen? Was schlitterst du denn so? Oh! Ah, nur ein bisschen wo ich weiß. Mein Aspen! Man, hier war kein Problem! Ich mach ihn dann! Ey, mein Letzte?! Toll gemacht! Toll gemacht! Nein! Vielleicht machen wir wieder Tränen. Oh, nicht. 10.000. Ich bin mutig. Ja, das war's. Hm? So, zu lange! Ich würd gerne mal wissen, wie man diese scheiß Karre fährt! Also, so wie ich sie fahre offensichtlich nicht. Ich mein, ich muss doch irgendwie Gas geben, um vorwärts zu kommen. Man verliert halt auch die Lust, wenn man dauernd nicht jetzt trinzt hat. Und dann von so vielen Spielern. Ist nicht schön. Ja, und in der Luft kann man auch nicht. Uh... Oh, mein cử. Guck mal. So macht man das. So. So nicht anders. Naja. Ja, aber besser als vorher. Nein, so nicht. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn meine Nase bläden. Hier ist wahrscheinlich ein Schleuer. Ach, sicher bestimmt. Das ist die Schleuer. Ja, jetzt würde ich nur den Kabel kaufen. Sieht noch aus.